Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2, Part 22 von Mioff 490. Im letzten Part sind wir hier langgegangen und haben eine hübsche Magnum gefunden, wo wir hier nicht die Kack-Munition aufsammeln konnten. Fuh, immer noch dafür. Und, oh warte, ich hab ne Idee. Vielleicht, wenn ich... ...so mache. Wo ist der scheiß Tank? Es geht doch. So, jetzt hat er sich wenigstens bewegt. Ah, Feuer schadet. Okay, nein, bringt nichts. Gut, dann trägt... Ah, da ist noch ne... Oh man, was ist denn hier Schönes? Ne, keine Cola. Ah, sehr schön. Hatten wir die nicht? Ne, hatten wir nicht. Gut, das eine ist ne Shotgun, das andere ist jetzt ne Gewehr. Was wir hier hübsches gefunden haben. So, wo sind denn welche? Na, da war doch einer. Ich seh keinen. Ha, den haben wir. Und nochmal Annaladen geführt. Okay, da sind irgendwie ganz viele. Da hinten. Warte, wenn ich mal aufstehe. Da ist ein Auto, aber da komme ich nicht an den Tank. Aber ich seh hier gar keinen. Gut, noch weiter vor. Drüber zielen, geht schlecht. Andere Seite vorbei, geht auch schlecht. Du schiebst wie meine Schwester. Oh Gott. Gib mir Deckung, verrückter Scheißkerl. Bist du okay? Ich gib dir Deckung. Dann eben, du Blinder. Na. Oh Gott. Nein, wieder in Deckung. Du bist mausend tot. Äh, einmal rüber, bitte. Oh. Warte, soweit ich weiß, war hier doch irgendwas. Ja, hier ist ein Heftchen. Ich will das ja so gern aufsammeln, aber nein. Ich hab das eh schon alles. Also, weiter. Na, da ganz hinten ist einer. Komm raus. Na, komm. Lass mich verarschen und schieße ich durch die Reifen. Geht nicht. Prallt einfach ab. Das sind ja schwache Kugeln. Alles okay? Er hat mich erwischt. Na, hoch da. So. Nein, weiter allerdings kann ich nicht zielen. So. Na. Geht mir Deck auf dich. Ah, so eine verdammte Scheiße. Fick dich! Das war echt klasse. So, den hab ich. Jetzt geh ich da rüber. Los, ich geb dir Deckung, Vitor. Wo ist er hin? Das ist vorbei. Der scheint weg zu sein. Gib mir Deckung, Vitor. Du bist tot, Mistkerl. Mann, du schießt ja beschissen. Du, 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 ich schieß gerade gar nicht. Vielleicht liegt's daran. Ich bin mir da nicht so sicher. Was gibt's denn hier hinter? Pass auf, jetzt liegt hier einfach nochmal ne Waffe. Am besten so ein Granatwerfer oder sowas. Das find ich immer geil. Naja. Jedenfalls, äh, kurz vorm Wochenende, ich glaub am Donnerstag, ja, am Donnerstag müsste das gewesen sein, weil ich im GameStop hab mich nach dem PS2-Spiel erkundigt, aber das hatten sie leider nicht da. Ähm, aber ich hab das Angebot von einem Kumpel bekommen, dass er mir das Spiel gibt. Und deswegen ist nicht ganz so schlimm. Oh, einen hab ich noch erwischt. Sehr geil. So, meine Deckung. Geh weg. Los, Rito, los. Ich geb dir Deckung. Los. Hörst du. Geh doch. Oh, guter Schuss. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Was hab ich denn jetzt geschossen, als das so gequietscht hat? Alter. So näher ran. Was? Grease Gun? Was geht denn? Uh, uh, uh. Das ist doch mal sehr schön. Wo? Da hinten. Na, komm. Ja klar, dann guckst du raus, ne? Alter, die haben alle gar keinen Bock. Warte, da lag doch noch ne Waffe. Du hast dich zum Sack vor den Schöpfer zu treten. Oh, da oben. Der war doch... Ah, ist er. Alter, ich treff ja kein bisschen. Bin wieder da. Die nächste Kugel ist für dich. Alles klar. Sehr gut. Mist. Gib mir Deckung, du Torte. Los, lass uns von ihm. Okay. Schau dir, Vito. Schreck mich, du Arsch. Schau dir, du Dreck. Komm raus aus deinem Rattenloch. Ja, push dir doch mal ein bisschen vor. Oh, meine Güte. Das Ding hier hat eh mehr Durchschlagskraft, wie es aussieht. Nein! Das ist ne gute Stelle, wie es aussieht. Oh, das war Joe. So, jetzt gehen wir einmal hier rum, gucken nochmal nach ein paar Waffen. Und dann sollten wir hier eigentlich auch gut durchgepusht sein. Nein, ich hab keinen Bock von hinten. So, mehr Waffen. Sieht irgendwie nur so aus, als hätte jeder dritte ne Waffe bei. Das ist richtig eklig hier. Verflucht, du sollst mir Deckung geben. Ja, toll. Hier kann ich gar keinem irgendwas geben. So. Nix ist. Hast du das beim Militär gelernt? Was zur... Wäschel, der hält auch gar nichts aus. Gib Acht, Vito. Hä? Woher... Wie viel Alp hatte ich denn noch? Ich war doch noch voll. Verdammt, ich glaub, der hatte ne Shotgun. Nee. Okay, ich mach nen Cut und pushe hier durch. Bis gleich. Okay, jetzt bin ich wieder da. Das geht um einiges schneller, weil ich mich einfach direkt von der Seite mit der Thompson angemacht hab. Und, ja. Jetzt gehen die schon... Und ja, der Typ hier hatte echt ne Shotgun, wie man hier grad sieht. Die ich aber schon hab. Und hier ist das nächste Magazin. Schon wieder eins. Also, schon das zweite hier im Level. Das davor hab ich jetzt übrigens nicht mit aufgenommen. Ich bin hier einfach lang gegangen. Und, ähm... Da oben, wo der Typ den Molotow-Cocktail auf dieser anderen Metall-Dings hier runtergeschmissen hat, war auch noch ne... Auch noch ein Molotow-Cocktail. Und jetzt haben wir noch ne... MP40. Das ist auch schon mal was. Trifftig mit den anderen an der Gießerei. Okay. Machen wir. Aber, erst hier runter. Und nochmal die Leute angucken. Okay, keine besonderen Waffen mehr. Gut, das reicht. Wir wollen ja auch schnell fertig werden, ne? Okay, eigentlich nicht. Wir wollen ja noch, dass das Spiel lange hält. Aber das braucht noch ein bisschen. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahr ich nach Hause, esse ein Steak, nehm ne Dusche und gieß mir eine hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich hab noch was vor. Wir sehen uns später. Die Charme-Binde. Hü-hü. Scheiße. Wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so ne Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette für den hier. Rückt Derek mindestens nen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Wir treffen uns im Falcon. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Achso, gedrückt halten. Wir wollen's ja so wenig wie möglich beschädigen. Ah, klar. Zwei Schlösser. Wie toll sollen das sein? Ich wette, das ist voll scheiße, das Auto. Ich meine, guckt euch doch mal an, wie schlecht das beschleunigt. Das ist doch gar nichts. Nee, ich will den nicht verkaufen. Ich will den... Ich will so einen selber behalten. Ganz ehrlich. Meint ihr, ich könnte mein... Das alte Auto, was ich da hinten jetzt hab stehen lassen, auch noch bei... ...in meiner Garage oder so finden? Oder hier nochmal wieder finden? Das fände ich gut. Ey, komm. Verdammt. Nee, warte. Das will ich jetzt einmal machen. Einmal voll über den Bürgersteig heizen. Sind hier noch ein paar? Ja. So. Wenigstens einmal. Komm. Ist mir egal, wie viele Rockets das sind. So. Ah. Zu viele Straßenlaternen. Hey, was soll denn da? Äh. Oh, gar keine. Sehr gut. Aber vielleicht haben wir Glück und kommen an einem Dienst hier vorbei. An einem Waffenladen. Und hole ich mir da doch direkt was. Schönes. Ein Zubinier für zu Hause. Ja, sehr geil. Ja, ja. Ach, ach, ganz scharf. Fuck. Ja, eine Knarre hole ich mir jetzt. So. Einmal raus. Hallo Kumpel. Wie wär's? Holen wir uns mal schnell was zu essen. Habt ihr gerade übrigens gehört, was er meinte? Holen Sie sich den extra langen, extra dicken Hotdog. Sie werden nicht mehr aufstehen können. Aha. Hier, bitte. Ah, das ist der gleiche Ganschop wie da drüben. Hör, nom weg. Frischer Hotdog. So, klopf, klopf. Und da ist auch der gleiche Typ wie drüben. Adios. Ne, nicht adios. So, wollen wir mal gucken, was du so hier hast. Resten Sie ein. Wir können ja auch einfach so gucken. Wollen Sie eine Waffe kaufen oder brauchen Sie nur Munition? Ich brauche hier von gar nichts. Was zur Hölle. Okay, dann würde ich sagen, gucken Sie sich mal bitte die Waffe an. Oh fuck. Ha, 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 ha. Warum bin ich so schlecht? Und nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her. Sag mal, wie viel könnte so eine Karte bringen? Wir sehen uns gleich am Ganschop. Bis gleich. So. Kollege. Du. Du fuckst mich hier nicht nochmal ab. So. Fuck. Jetzt müssen Sie sich erst die Leiche hier angucken, oder? Ich hoffe, Sie sehen mich nicht. Ansonsten muss ich hier gleich echt noch eine Schießerei anfangen. Okay, jetzt wissen Sie, wie ich aussehe. Normaler Körperbau. Alles klar. Kollege am Boden, schießt! So. Jetzt gibt es noch mal Munition für mich. Ha, zumindest vergessen Sie mich jetzt langsam und ich bin so dreckig. Wir können uns ja gleich nochmal auf dem Weg neue Klamotten holen. Ist ja hier direkt um die Ecke, ne? So, jetzt rufen wir mal schnell an. Äh, 5... Ne. So, gut, dann warten wir, bis der Kollege hier weg ist. Hat der denn echt nur Zeug, was ich nicht brauche? Aber ihr habt gesehen, wir können auch mit dem Telefon einfach so 500 bezahlen und dann ist Ende. Dann ist der weg. Verdammt, kommt der jetzt hier rein? Nein, gut. Aber die Forst ausrüsten. So, schnell wieder rein hier und abhauen. Fuck. Fuck. Ach, gut. So, jetzt gucken wir mal schnell, wo der Klamottenladen ist. Der... Ach, der ist ja doch weiter weg, als ich dachte. Rechts, links, rechts. Okay. Genau, da am Bullen vorbei. So. Jetzt links rum. Und jetzt wieder rechts. So, ich hoffe, das ist mal so ein kleiner Gammelladen. Ja, ist es. Können wir uns dann nämlich direkt alles mitnehmen. Und, ja, das machen wir noch in diesem Part. Tür schließen. Ich wollte gerade sagen, stört ihr das gar nicht? Oh, fuck. Ich höre Sirenen, aber es kommen keine. Okay, sobald was kommt, weg. So, Freizeitanzug. Den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Das 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 nehmen wir auch noch mit. Fuck, jetzt kommen sie. Oder? Ja, doch, sie kommen. Und dann packe ich mir noch gleich die Kasse. Und dann haben wir es fertig. Fahrt ihr dran vorbei, oder was? Nein. Hol mir mal das große Geschütz raus. Wenn, der tut mir nicht weh! So, ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. Aber wie sollen die mich auch sehen? Ganz ehrlich. Gut, und jetzt mache ich den Cut. Verdammt, jetzt ist er schon hochgekommen. Naja, ihr wisst zumindest noch nicht, ob er mich sieht oder nicht. Bis zum nächsten Mal oder Part. Sucht euch was aus. Bis dann. Ciao.